Ich bin hier bei Dorazell am Stand und wir haben eine Neuauflage ihres Induktionsladengeräts PowerMet vorgestellt. PowerMet ist eigentlich hier dieses kleine, dieses flache Brettchen. Wenn ihr euch an die alte PowerMet erinnert, die war ziemlich, war hässlich, auf deutsch gesagt. Und auch die Cases dafür, die man ums iPhone oder ein iPod rummachen müsste, war ziemlich fett und unattraktiv. Das hat sich geändert. Die Cases sind deutlich schlanker geworden und sehen ganz elegant aus. Es gibt sie in verschiedenen Farben. Wir haben hier noch einen Z-Pick zum Beispiel, gibt es schwarz und dergleichen. Der Trick dabei ist, wenn ich dieses Case rum habe, kann ich mein iPhone einfach da drauflegen. Und in dem Moment, wo es drauf liegt, hier auf so einem Punkt, wird es auch geladen. Ihr seht, der Ladesprung geht an, ich muss keine Kabelverbindung mehr machen. Weiteres Zubehör ist dieser Zusatzakku, der kleine. Den kann ich ebenso hier drauflegen. Der wird hier geladen, ohne Steckverbindung. Ich kann ihn in die Tasche stecken mitnehmen. Und er hat dann hier seitlich, gucken wir, ob ich es rauskriege, einmal ein Micro-USB und auf der anderen Seite ein Dock-Anschlussstecker. Der hat 1850 mAh, reicht dann eine iPhone-Ladung oder so. Also ist ein nice Zubehör. Allerdings noch nicht erhältlich. Das kommt größtens 2013 nach Europa. In den USA fangen sie jetzt an, das Ding zu launchen. Da gehen wir mal an einen anderen Tisch rum, dann erkläre ich das. Starten wir jetzt 2012 in den USA und zwar haben die Madison Square Garden in New York als ersten Partner diese große Veranstaltungsarena. Und dort wird auf den Bartischen quasi hier so eine ganz kleine Ladestation integriert sein. Und wenn man dieses Power-Med-Case mit hat, kann man sein iPhone da drauflegen. Ich glaube, der Tisch ist jetzt nicht connected und man kann es direkt hier laden. Das ist so eine Community-Aktion, die Duracell jetzt erstmal in großen Städten anfängt. New York ist als erstes geplant. Dort wird es nach und nach mehr Kneipen geben, die so ein Ding, so ein Ladeteil integrieren. Das ist natürlich auch eine Verkaufsstrategie. Auf die Frage, wann es nach Deutschland, Europa kommt, hat sie gemeint 2013, wie gesagt, plant mal Europa. Und sie können sich vorstellen, zum Beispiel in Berlin damit anzufangen, eben solche Ladetische in Kneipen und dergleichen zu installieren. Duracell Power-Med auf dem Mobile World Congress 2012.